Mein Name ist Michael Schaub, ich bin der Fertigungsleiter der Siemens AG Segment Getriebenmotoren hier am Standort in Tübingen im Schwäbischen. Wir entwickeln und wir produzieren Getriebenmotoren für die verschiedensten industriellen Anwendungen, zum Beispiel für Gepäckfahrtungssysteme, für Fahrtreppen, Fahrstühle, beziehungsweise für Kränantriebe an Container-Terminals. Das System, das wir von der Firma Schunk im Einsatz haben und gemeinsam entwickelt wurde, ist das Rota-NCO-Kraftspannfutter mit Backenschnellwechsel. Die Wirtschaftlichkeit in diesem System ist unschlagbar. Die Reduzierung der Rüstzeit beim Backenwechsel um ca. 85% war uns einfach sehr, sehr wichtig. Genauso auch die Ergonomie beim Wechseln der Backen für den Maschinenbediener in einem doch sehr bängenden Arbeitsraum. Durch die langjährige Zusammenarbeit haben wir die Firma Schunk als sehr zuverlässigen Lieferanten kennengelernt, der hervorragende Produkte anbietet und auch der einzige nahrhafte Hersteller war, der die doch sehr hohen Anforderungen, die wir an dieses System gestellt haben, mit uns bereit war, den Weg zu beschreiten und den Weg auch bis zum Ende gegangen ist. Das System funktioniert, ist ein voller Erfolg. Vielen Dank. Vielen Dank.